Zeitsparend und zuverlässig, das ist das Safety-Fix-System von Hüffermann, dem Spezialisten bei der Herstellung von LKW-Anhängern und Transportsystemen. Der Safety-Fix ist ein Sicherungssystem für Absetzmulden und basiert auf beidseitig befestigten Ratschenspannern. Nach Anlegen der Ketten zieht der Fahrer den Behälter mit Hilfe der Ratschenspanner bis an die Anschläge. Nur eine Kette pro Fahrzeugseite ist dabei notwendig und muss im Zurrwinkel von 35 bis 60 Grad gespannt werden. Dadurch wird dem Behälter in Fahrtrichtung sicherer Halt gegeben. Der Safety-Fix hat den Vorteil, dass er einfach im Handling ist und die Kette gesperrt wird. Da zu einer optimalen Ladungssicherung auch ein Schutz gegen das Verrutschen in seitlicher Richtung gehört, hat Hüffermann zudem den Zentrierfix entwickelt. In Kombination der beiden Sicherungen ist die Ladung in allen Richtungen fest verankert. Weitere Auskünfte geben Ihnen die geschulten Experten der Hüffermann Transportsysteme GmbH. Weitere Auskünfte geben Ihnen die Kilmer goodbye.